also wird das einfach noch mal neu markiert kann man sich einfach immer wieder eine neue schrottkern holen dann habe ich gar nicht gesehen das letzte mal als wir hier waren da einer von uns liegt ja aber das ist gut dann können wir wir sind ja die waffe geben hätten wir vorher machen müssen jetzt passiert ich hoffe die bleibt hier liegen ansonsten wird ja eh wieder neu reingemacht ich gehe eben zurück und gibt den ja die waffe auch wenn ich natürlich für mich besser behalten sollte aber wer weiß vielleicht kann ich dir hier noch mal eben schnell dann holen ist jetzt leider nicht mehr markiert aber ich ich merke mir das ungefähr ja ist ja auch ganz wichtig dass man sich das hier mit dem minimap da alles anguckt im ersten teil war das total easy sich zurecht zu finden hier sind leider nicht mehr so viele landmarks liegt daran dass hier mehr bald ist warum hängt jetzt eigentlich bei ihm darum dann wenn sie mir mal folgen soll dann kommt sie mir nicht hinterher dann wiederum hängt die wahrscheinlich bei dem lager um weil dort wärmer ist schließlich ist man wenn man im haus ist aufgewärmt du bist müde hier ist kalt du bist nass ach jetzt kackert plötzlich nicht mehr mit der hitbox sonst ist das ja so dass man auf den boden schlägt und dann macht das immer noch schaden an gegnern wenn die drei laufen obwohl du gar nicht mehr geschlagen hast hier viel spaß jetzt hoffe ich einfach dass das zeug noch da ist wenn nicht dann haben wir halt pech gehabt dann machen wir dann laden wir das einfach hier irgendwie neu ich meine wir haben einen speicherstand vorher gemacht ich denke das kommt auch so einfach wieder wenn du einfach neu reinlädst hat das hier ja eben auch so da vorne war das irgendwo wollte eigentlich schon viel tipp hören stream machen schon am montag aber da war ich einfach zu müde dienstag hatte ich dann irgendwie auch keine lust ja und jetzt sind wir hier ist eigentlich auch besser so wenn ich jetzt halt nicht am wochenende mach am wochenende wenn ich das hier nochmal spiel dann werde ich es wahrscheinlich eher privat halt abseits vom stream aber trotzdem aufnehmen weil ich das dann nutzen kann um hier das ganze zu schneiden weil das dauert ja auch immer irgendwie ein bisschen muss aber sagen diesmal habe ich es wirklich sehr effektiv gelöst ich habe ja schon irgendwie zwölf 13 folgen im vorhinein aufgenommen gehabt ich weiß nicht welche folge das hier sein wird weil das schneide ich ja dann auch aber ja bitte sei noch da danke schön damit haben wir die was verdoppelt dann kann ich mir auch noch die pistole vorne holen weil die hätte ich dann auch gerne doppelt eine zum putzen eine zum benutzen bringt es gar nicht so jetzt hier rum zu laufen finde ich mit dem teil in der hand ich jetzt auch nicht so optimal so soll sich das wirklich mal anhören wenn man in die nähe von vom meer kommt das hört man einfach schon auf die entfernung an wo ist der wind wo ist das das meer keine ahnung aber das erinnert mich an den urlaub wenn du da einfach schon nicht am meer stehst aber du hörst das meer aber schon auf entfernung glaube ich muss gleich im dunkeln zurück so hoffen wir mal dass die pistole einfach wieder nachgelegt wurde und dass ich jetzt nicht von haien attackiert werde oder so müssen die jetzt zwar noch ein bisschen hier an der küste entlang laufen aber wir sind ja gleich da ich hoffe mal übrigens nicht dass die shotgun wirklich so imbar stark ist wie sie jetzt gerade ist komplett bei jedem gegner weil da wurde ich ja gefühlt alles hatten wir bisher mal irgendjemanden der einen schuss überlebt hat kann mich nicht daran erinnern was stimmt denn da keine da hinten ist der teil ich hätte gern wieder ein boot ich hoffe mal diesmal bauen die vielleicht auch andere arten vom boot nein so ein kanu vielleicht das wäre doch mal was cooles für ein multiplayer ich meine klar kannst du diese riesigen bootflächen da machen aber ich finde so ein kanu sähe doch viel cooler aus das ist wahrscheinlich auch schneller ja gut kommt auf die mannschaft drauf an was passiert wird das wird es wird vor Ich denke, ich brauche die Map gar nicht dafür, um hier hinzukommen, ich weiß ja, wo das ist, das kenne ich auswendig. Ich bin halt gar nichts an Essen, mal wieder, aber man kennt es ja. Kann ich irgendwann mit den Seilen gerade machen? Knochenrüstung. Wo ist der? Wo sind die Knochen denn? Ach je. Was wird, da machen wir gleich mehrere. Ja, ich fände gut, wenn ich da alles draufliegen habe, dass ich auch die Option habe, alles zu machen. Vielleicht indem man mit einem Aus-Taste dann drückt oder so. Äh, da steht aber was nicht. Ach, der macht das schon wieder. Der legt das wieder ab. So, was aber unbedingt drin sein muss, ist eigentlich, dass man die Ressourcen, die Klebeband und so weiter schneller wieder bekommt. Ich meine, ich habe jetzt schon sehr viel Klebeband, ich werde vermutlich auch einen sehr großen Vorrat haben. Seile braucht man auch viel zu oft und die müsste man eigentlich craften können. Das muss halt einfach wieder rein, dass Clove zu Seil werden kann. Springt hier wieder einer aus dem Wasser? Ich? Okay. Und jetzt schwimmen wir da mal wieder rüber. Und ich hab hoffentlich diesmal nicht wieder in den Park, damit ich einfach nach unten schwimmen. Obwohl ich nach oben schwimmen will. Die sind ja schon fast da. Wer wird da auch noch ein Fisch. Oh, der ist jetzt schon mal ein Fisch. Also, fisch. gut da wurde ich glaube ich gerade angegriffen scheint mir aber gar nichts gemacht zu haben ja ich bin schwarz wieder so dann müssen wir gucken hier ist ja drumherum immer gewesen was hier rumschwimmt aber vielleicht war dann auch beskriptet beim ersten mal denn jetzt sehe ich hier nichts einfach wieder zurück auch wenn ich gerade angegriffen wurde wird es nichts getan hat vielleicht war das auch kälte ich habe keine ahnung werden wir sehen müsste ja hier in der richtung wieder sein vielleicht ist das ein kleinerer fisch jetzt wird abgezogen zum barracuda was machst du denn hier was ist gerade der reich jetzt vier ich hätte gern dass und dann machen wir den molotov zu fünf das ist schon nützlich wenn man sein eigenes bein als sitzfläche verwenden kann so aber jetzt erstmal zurück dann können wir weiter arbeiten ich habe ja hier mein job jetzt erfüllt glaube ich lieber so wer ist das guten tag hätte ich vielleicht nicht tun dürfen ja haben wir uns verstanden das ist auch irgendwie ein bisschen dreist von mir ne komm da einfach in irgend so ein dort rein und schießt die alle nieder ist ja nicht groß anders als das was die bei mir machen ich habe diese komische vorrichtung ja schon irgendwie wollte die ja nicht daran gehen vielleicht fehlt mir da irgendwas ich hoffe mal ich gehe auch richtig ich gehe falsch virginia ist da unten am baden oder so keine ahnung was die macht ich hoffe mal die schwimmt da nicht einfach nach draußen und stirbt weil die scheint sich immer weiter weg zu bewegen ich weiß nicht ist das ein bug ich gehe halt immer weiter rein wie weiter ich weg gehe ich hoffe mal nicht die macht jetzt hier den gelben ich gehe ganz aus Vielen Dank.